Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und Gesamter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir freuen uns heute mit der Serie fortfahren zu können, liebe Geschwister, in eurer geehrten Anwesenheit und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Ikhlas gibt, Aufrichtigkeit gibt, auf das wir es schaffen, diese Reihe zu Ende zu führen, denn wie viele Unterrichtsreihen werden begonnen und leider nicht zu Ende geführt, dieses hat natürlich verschiedene Gründe, aber wir versuchen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seiner Kraft unterstützt, indem wir auch die Mittel dafür schaffen, dass wir versuchen, diese Reihen zu Ende zu führen, bis Allah subhanahu wa ta'ala uns diese großartige Gnade gibt, denn, liebe Geschwister, das Beste, womit ein Muslim sich beschäftigen kann, ist mit dem Wissen. Und so sagten unsere Salaf, dieses ist nicht authentisch vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert, über ihn ist es schwach überliefert, aber von einigen Sahabern wurde dieses überliefert, dass sie sagten, derjenige, der im Todesbett liegt und der Tod zu ihm kommt, um seine Seele zu nehmen und dieser befindet sich auf dem Weg des Wissens, er ist ein Streber nach dem Wissen, so stirbt er im Zustand von einem Schahid. Was für eine großartige Nachricht für diejenigen, die auf diesem Weg sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch das ermöglichen, denn das Beste, was du machen kannst, ist nach Wissen zu streben und je mehr Wissen du besitzt, umso sicherer und gewisser bist du in deiner Religion und in deiner Ausübung. Wenn du aber kein Wissen hast, dann ist die Unsicherheit dein Wegbegleiter und glaube mir und nimm das dir zu Herzen. Es ist kein leichter Weg, denn man wird nicht wissen, wer einem das Richtige vermittelt und wer einem das Falsche vermittelt. Das Internet ist voll von Leuten, die komische Ansichten haben, Ansichten, die weder unsere Väter noch unsere Vorväter kennen. Und das Internet ist voll mit Leuten, die bei Allah nichts gelernt haben, aber sie haben vielleicht sogar gut laufende Kanäle. Das alles sehen wir in dieser heutigen Zeit, deswegen ist die Fitne umso größer, je weniger Wissen du hast. Aber wenn du ein gewisses Wissen besitzt, dann wirst du auch in der Lage sein zu unterscheiden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir einen Weg vorgegeben, wie du unterscheiden kannst, indem du Taqwa besitzt, indem du Gottesfurcht besitzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und fürchtet Allah und Allah wird euch lehren. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann wird er euch ein Furkan geben, bedeutet eine Unterscheidung, dass ihr wisst, was das Richtige vom Falschen ist. All dieses ist die Frucht von der Gottesfurcht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ihn einzig und alleine fürchten lassen. Allahumma amin. Wir haben die wunderschöne Geschichte von Adam a.s.w. das letzte Mal beendet, liebe Geschwister. Und so fangen wir heute fort, biiznillahi ta'ala, mit der neuen Geschichte von Nuh a.s.w. Nuh a.s.w. war der erste Gesandte von allen Gesandten, die Allah subhanahu wa ta'ala zu ihren Völkern geschickt hat. Aber du hast uns doch letztens erzählt, dass Adam a.s.w. ein Prophet war. Richtig. Ein Prophet ist nicht ein Gesandter. Jeder Gesandter, merkt ihr die Regel, jeder Gesandter ist ein Prophet. Aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Und so ist Nuh a.s.w. ein Gesandter. Anders als Adam a.s.w. Und die Eigenschaft von einem Gesandten, und das ist eine starke Ansicht der Gelehrten, ist, dass ein Gesandter zu einem ungläubigen Volk geschickt wird. Das ist eine der Eigenschaften, liebe Geschwister. Er war der erste Gesandter, a.s.w. Und nicht nur das, er gehört zu den besten fünf Gesandten. Gibt es so viele Gesandte, Abu'l-Bara? Es gibt sie in der Tat. Nicht alle, die wir im Koran erwähnt bekommen haben, sind auch alle, die existiert haben, sondern Allah a.s.w. hat uns noch mehr Barmherzigkeit und noch mehr Gnaden zugeschickt, als viele Leute denken. Es gab viel mehr Gesandte, als die, die im Koran genannt sind. Ich frage dich nochmal, wie viele Propheten hat Allah a.s.w. im Koran erwähnt? Du hast aufgepasst, das letzte Mal 25. Diese sind im Koran erwähnt, aber Gesandte unterscheiden sich noch einmal von den Propheten. Und er war der erste Gesandte, a.s.w., der zu den Menschen geschickt wurde. Und er war unter den fünf besten Gesandten. Ah, Abu'l-Bara, endlich habe ich dich. Wie kannst du sagen, dass er unter den fünf besten Gesandten war, wo Allah doch keinen Unterschied zwischen den Gesandten gemacht hat? Jetzt habe ich dich endlich erwischt. Kehren wir zu den Ayat zurück, damit wir das richtig erklären. Allah s.w.t. sagt, Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Was bedeutet das? Denn in einer anderen Ayat sagt Allah s.w.t. Diese sind die Gesandten. Wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Unter ihnen gab es welche, mit denen Allah s.w.t. direkt gesprochen hat. Gibt es jetzt einen Widerspruch in den beiden Ayat? Überhaupt nicht. Die eine Ayat, wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, bedeutet, sie alle sind von Allah s.w.t. Und ein Muslim muss jeden Gesandten bestätigen. Und das unterscheidet uns von den anderen Religionsgemeinschaften, dass wir keinen Unterschied machen zwischen Isa und Muhammad s.w.t. Bezüglich dessen, dass sie beide von Allah s.w.t. entsandt worden sind. Wir machen keinen Unterschied zwischen Moses und Muhammad s.w.t. Bezüglich dessen, dass sie beide von Allah s.w.t. entsandt worden sind. Und ich habe extra diese Beispiele genommen. Isa und Moses bedeutet Jesus und Moses, weil wir andere Religionsgemeinschaften damit aufklären wollen, dass der Islam die einzige Religion ist, die alle Propheten, ohne sie des Übels zu bezichtigen, dass wir Muslime alle Propheten akzeptieren. Sie sind von Allah s.w.t. gesandt worden. Und wir lieben sie alle und wir bestätigen alle, wenn wir einen von ihnen nicht bestätigen, sind wir keine Muslime. Derjenige, der sich Muslim nennt und sagt, ich glaube nicht an Jesus, so ist er kein Muslim. Wer sich Muslim nennt und sagt, ich glaube nicht an Moses, so ist er kein Muslim. Wer sich Muslim nennt und sagt, ich glaube nicht an Abraham, an Ibrahim a.s.w., so ist er kein Muslim. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Was heißt aber jetzt die andere Ayah? Dieses sind die Gesandten. Wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Das bedeutet, dass ihre Stellung unterschiedlich ist bei Allah s.w.t. Denn Allah s.w.t. sagt weiter, unter ihnen gab es welche, mit denen Allah s.w.t. direkt gesprochen hat. Und das hat er s.w.t. wahrlich nicht mit jedem Gesandten gemacht. Und daher gibt es Unterschiede zwischen den Gesandten. Und Allah s.w.t. er wählt aus, wer die Besten unter den Gesandten sind, unter den fünf gewaltigsten Gesandten. Das ist einmal Luh a.s.w., das ist Abraham, das ist Moses, das ist Jesus und das ist Muhammad s.w.t. Diese sind die fünf Besten. Und Allah s.w.t. wählt aus, subhanahu wa ta'ala. Und unser Prophet Muhammad s.w.t. ist in der Stellung besser als alle Propheten. Und das sagen wir mit erhobenem Kopf und mit Stolz. Und wir danken Allah s.w.t., dass er Muhammad s.w.t. als letzten Gesandten zu den Menschen entsandt hat. Und dieses nicht von ungefähr, sondern er war und er musste etwas Besonderes sein. Wenn er der Letzte war, mit der letzten Botschaft nach Muhammad s.w.t., wird es keinen Gesandten und keinen Propheten mehr geben. Das ist die letzte Gesetzgebung, an die sich jeder richten muss. Selbst von Jesus a.s.w., der nach unserer Glaubenslehre nicht getötet wurde, wie viele Irrgehende es sagen. Sondern er wurde erhoben zu Allah s.w.t. Und dieser großartige Prophet und Gesandte Jesus a.s.w.t. wird wieder zurückkommen auf diese Erde. Und er wird mit dem Gesetz von Muhammad s.w.t. richten. So ist unsere Religion. Und Alhamdulillah, der Abdel Alameen. Deswegen, liebe Geschwister, Muhammad s.w.t. ist der Letzte aller Gesandten. Und er hat das letzte Buch bekommen, den Koran Al-Karim. Nach diesem Buch wird es keine weiteren Bücher geben. Muhammad s.w.t. Er wird der Erste mit seiner Gemeinschaft sein, die über die Siratbrücke gehen. Und er ist der Erste, der in das Paradies hereinkommt. Und Muhammad s.w.t. Er ist derjenige, der die Shafa'a, die Fürsprache, als Erster vollziehen wird, indem er ein gutes Wort für seine Ummah einlegt, während die anderen Propheten nicht diese gleichartige Stellung bekommen haben. Natürlich werden sie auch Fürsprache leisten, aber nicht in der Position wie Muhammad s.w.t. Aber wir erinnern unsere Geschwister daran, wir holen nicht immer diese Keule heraus und sagen, Muhammad s.w.t. ist der Beste und vermitteln den Eindruck, dass die anderen Propheten keinen Wert haben. A'udhu Billah. Sondern wir haben schon bewiesen, dass wir keinen Unterschied zwischen ihnen machen, weil sie alle Propheten von Allah s.w.t. sind. Das ist unsere großartige Religion, liebe Geschwister. Nuh a.s.w. Er wurde im Koran als dankbarer Diener genannt. Und diese Eier bleibt bis zu dem Tag, an dem der Koran erhoben wird. Allah s.w.t. sagt, Er war ein dankbarer Diener. So hat Allah s.w.t. Nuh a.s.w.t. genannt. Und trotzdem, obwohl Allah s.w.t. ihn zum Gesandten erkürt hat und ihn einen dankbaren Diener genannt hat und er unter den fünf besten Gesandten gewesen ist, so hat er ihn geprüft im Leben, nicht nur mit seinem Volk, sondern auch zu Hause bei ihm daheim. Seine Frau war eine Ungläubige und auch sein eigener Sohn war ein Ungläubiger. Sie beide werden in das Föllenfeuer hereingehen. Auch ein Diener, den Allah a.s.w.t. liebt, ist nicht verschont von den Prüfungen. Und nein, im Gegenteil, je mehr Allah s.w.t. ein Diener liebt, umso stärker prüft er ihn, wie der Hadith bei Imam Ahmad, Beweis von Sa'd ibn Abi Waqqas r.a. dass er sagte, Ja, Rasulallah, wer sind diejenigen, die am härtesten geprüft werden? So sagte der Gesandte s.w.t. al-Anbiya, die Propheten. Er sagte, Er sagte, Er sagte, Die ihm nahestehenden in der Stellung. Diese sind diejenigen, die am härtesten geprüft werden. Und sei dir sicher, Je stärker dein Glaube ist, umso härter sind die Prüfungen, wie der Gesandte s.w.t. in einer authentischen Überlieferung, bei Tim Medio sagte, Er sagte, Der Mensch wird entsprechend seiner Glaubensstufe geprüft. Wenn er einen starken Glauben hat, ein sehr starken Glauben hat, dann wird ihm die Prüfung schwer gemacht. Aber wenn er einen schwachen Glauben hat, so wird ihm die Prüfung leicht gemacht. Aber er wird geprüft, das ist auf jeden Fall ein festgeschriebenes Gesetz bei Allah s.w.t. Nuh a.s.w. Ein außergewöhnlicher Prophet. Von keinem Propheten wissen wir, dass er so lange Darwa gemacht hat, wie von Nuh a.s.w. Allah s.w. sagt, Allah s.w.t. erwähnt die Zeit, wie lange Nuh a.s.w. Darwa gemacht hat, und zwar 1000 Jahre minus 50 Jahre, das sind 950 Jahre. Das war alleine die Zeit, wo er die Menschen zum Wege Allah s.w.t. gerufen hat. Das ist nicht die Zeit seines Lebensalters. Denn damals haben die Menschen länger gelebt, liebe Geschwister, viel länger gelebt. Sogar viel, viel länger gelebt. Wir sehen, dass in dieser heutigen Zeit, wie der Prophet s.w.t. in einer authentischen Überlieferung bei Tim Medio sagte, dass die Menschen zwischen 60 und 70 Jahre alt werden und nur die wenigsten überschreiten dieses Lebensalters. Damals haben die Leute mehrere hundert Jahre gelebt. Aber wir kommen noch zum Alter von Nuh a.s.w. Warum wurde er entsandt? Ihr werdet euch wundern, liebe Geschwister, dass von der Zeit von Adam a.s.w. bis zu der Zeit von Nuh a.s.w., als Nuh entsandt wurde, als Gesandter, eine lange Zeit dazwischen war. So sagt Abu Umama, r.a.w. An Rajulen, Ja, Rasulallah, O Gesandter Allahs, Anabiyun kana Adam, war Adam a.s.w. Ein Prophet. So sagte der Gesandte, s.a.w. Naam, er war ein Prophet. Naam, Mukallam. Mukallam bedeutet, mit dem Allah s.w.t. gesprochen hat. Kala, fa kam kana beina hua beina Nuh, was war die Zeitdifferenz zwischen Adam a.s.w. und zwischen Nuh, kala, ashratukurun, es waren zehn Generationen. Zehn Generationen, darüber haben die Gelehrten unterschiedliche Meinungen, beiden Generationen hundert Jahre oder mehr. Und wenn wir annehmen, dass es hundert Jahre sind, dann bedeutet es, dass eine Differenz in der Zeit zwischen Adam und Nuh a.s.w. tausend Jahre dazwischen waren. Wie viel? Tausend Jahre. Naam. Und Nuh a.s.w. wurde geschickt, um den Götzendienst zu bekämpfen. Aber, was war jetzt in diesen zehn Generationen? In dieser Zeit hat niemand Schirr gemacht. Keiner hat in dieser Zeit jemanden anderen angebetet, außer Allah. Alle waren in dieser Zeit auf dem Tauhid. Es gab Sünder, aber sie hatten den Tauhid. Das heißt, La ilaha illallah war eine fest verwurzelte Sache in ihrer Zeit. Bedeutet, dass keiner Allah a.s.w. andere Götter zur Seite gestellt hat. Abu'l-Bara, was meinst du immer mit anderen Göttern? Du sagst uns von der einen Seite, es gibt keine anderen Götter außer Allah s.w.t. Aber dann erwähnst du doch Götter, die jetzt nach unserer Meinung existieren sollten oder nicht. Was ist die Antwort Abu'l-Bara? Höre zu, und sie haben sich außer Allah andere Götter genommen. Andere Götter genommen. Abu'l-Bara, ich bin immer noch nicht schlau aus dieser Ayah. Kein Problem. Sie haben sich andere Götter genommen. Bedeutet, Allah a.s.w. hat bestätigt, dass diese Leute sich Götter genommen haben, die sie angebetet haben. Aber sind diese Götter jene, die es verdienen, mit Recht und Wahrheit angebetet zu werden? Klare Antwort, nein. Also können wir sagen, es gibt Götter, die die Leute sich zu Göttern genommen haben, die kein Wissen besitzen. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَبْقُّ Dies ist deswegen, weil Allah s.w.t. die Wahrheit ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ هُوَ الْبَاتِلُ Und dass das, was sie außer ihm anbeten, s.w.t. das Falsche ist. Also, hast du gelernt, O Diener Allahs, es gibt Götter, die die Menschen sich zu Göttern genommen haben. Sie haben sie angebetet. Aber sind das Götter, die anbetungswürdig sind, die es verdienen, angebetet zu werden? Keine klare Antwort, nein. لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُولُّ اللَّهُ دَهَا Lerne die richtige Übersetzung von لا إله إلا الله. Wie viele unserer Geschwister, möge Allah sie uns recht leiten, haben eine gänzlich falsche Übersetzung für لا إله إلا الله. Sie sagen dir, es gibt keinen Gott außer Allah. Falsche Übersetzung. Wir haben doch gerade gehört, es gibt Leute, die sich Götter genommen haben und sie haben sie angebetet und sie haben sie angepflegt. Aber wir sagen, لا إله إلا الله bedeutet, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah. Niemand besitzt das Recht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn wir sagen, es gibt andere Götter, dann sind das Leute, die sich andere Götter zu Götter genommen haben. Aber diese Götter sind nicht diejenigen, die angebetet werden dürfen, liebe Geschwister. Die Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gab zehn Generationen zwischen Adam und Nuh, ist bei Al-Hakam überliefert und Al-Zahabiyyuh rahimullah ta'ala hat ihn darin zugestimmt. Natürlich, wenn wir sagen, dass die Menschen auf dem Tauhid waren und niemand anderen angebetet haben außer Allah, so ist jemand nicht damit zufrieden gewesen, dass die Menschen alle nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Du darfst mit mir raten, wer ist das, der nicht zufrieden war? Schaitan. La'anatullah alaih. Dieser war natürlich nicht damit zufrieden, liebe Geschwister, dass die Leute den Tauhid verinnerlicht haben. Daher kam er zu diesem Volk und wollte den Schirk in die Herzen des Volkes von Nuh einpflanzen. Und der Schaitan ist listig. Und er kommt über Wege, mit denen wir nicht rechnen. Durch welche Tür kam Schaitan? Er kam durch die Tür der Emotionalität. Das musst du uns näher erklären, Abu'l-Bara. Was bedeutet das? Höre, es gibt in Surat Nuh eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und lasst nicht eure Götter sagten die Irregehenden zu ihrem Volk im Volk von Nuh. Lasst nicht eure Götter. Hier hörst du, lasst nicht eure Götter. Und besonders nicht und auch 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 nicht Leute. Was waren das für Namen? Das waren Leute, die rechtschaffene Menschen gewesen sind. Rechtschaffene Menschen? Rechtschaffene Menschen. Das waren Leute, die den Tauhid gelebt haben, die la ilaha illallah gelebt haben und die nichts Allah zur Seite gestellt haben und bei den Leuten angesehen waren. Was ist dann das Problem mit diesen Leuten? Schau was Schaitan gemacht hat. Zubrishlat Ibn Abbas radiyallahu an this this asmah rjali salihin min qawm nuhin falammah halekou auha shaytan ila qawmihim an an subu ila majalisihim elati kahnu yajlisun an saaban wasmuha bi asmahihim fafajal walam tu'abed ezaat radiyallahu an hu arda im volke von nuh gab es rechtschaffende männer diese leute die wir genannt haben diese fünf personen als schaitan dann sein plan verwirklichen wollte ist er zu dem volk von nuh hingegangen und er sagte zu ihnen ihr könnt diese leute nicht einfach so in vergessenheit geraten lassen sondern macht statuen von ihnen ich übersetze das ganze es gibt noch andere überlieferungen macht statuen von ihnen macht götzen bilder von ihnen und jedes mal wenn ihr sie anschaut dann erinnert ihr euch an deren anstrengung wie sehr sie Allah gut angebetet haben und dann werdet ihr genauso mit vollem Eifer Allah anbitten es gibt hier nichts schlechtes was ich daran sehe noch nicht scheytan kommt nicht sofort mit seinem plan sondern er kommt mit schritten folgt nicht den schritten von scheytan was hat scheytan vor gehabt höre zu er hat erst mal diesen leuten gesagt macht statuen götzen bilder von diesen leuten wie wir das heute mit dem Wort skulpturen übersetzen würden und dann wenn ihr sie anschaut dann gedenkt ihr ihrer motivation wie sie Allah angebetet haben und ihr werdet genauso motiviert sein ich will es dir übersetzen wenn du jetzt ein Buch liest über den lebenslauf von einem sahabi was passiert daraufhin unser iman wird stärker weil wir sehen was diese leute für den islam geleistet haben also war das ungefähr dasselbe gewesen dann hat scheytan gesagt und tut die skulpturen dorthin wo diese leute gesessen haben und nennt sie mit diesem namen aber ihr braucht sie nicht anzubieten aber scheytan hat einen großen plan gehabt er hat den leuten gesagt macht nur diese götzen figuren aber ihr sollt euch nur erinnern wie stark diese leute in der ibadah waren und macht es ihnen gleich er hat ihnen nichts davon erzählt dass sie angebetet werden sollen und so wurde dieses gemacht so wurde dieses gemacht man hat diese götzen hingestellt man hat diese skulpturen hingestellt und wann auch immer die menschen an diesen vorbeikamen so haben sie sich ein beispiel daran genommen und haben diese leute als motivations faktor genommen um weiter zu machen shaypan hat es nicht eilig shaypan kommt mit seinem plan und er hat auch geduld ja eine menge an geduld er braucht dich nicht sofort in den shirk fallen zu lassen das reicht ihm wenn du das nach 100 jahren oder sogar nach 200 oder 300 jahren machst hauptsache er vollendet seinen plan das ist shaypan deswegen müssen du und ich besonders uns vorsehen und wir sagen immer zu den geschwistern wenn shaypan jemanden vom gebet nehmen möchte dann kommt er nicht sofort und sagt zu dieser person du verlässt jetzt das gebet das und er kommt ihm mit usul fuhr das ist das urteil über die beliebte tat wenn du sie machst wirst du belohnt aber wenn du sie unterlässt wirst du nicht bestraft das ist richtig shaytan hat nicht in diesem zusammenhang gelogen aber was macht er gerade er nimmt dir das weg was dein polster ist und so schafft er es dass du dich von den sunnah gebeten als erstes entfernst und dann kommt die zweite stufe dass er dich die gebete immer schneller beten lässt die dritte stufe ist dass du die gebete irgendwann zusammen ziehst es sind nicht mehr fünf gebete sondern nur noch drei gebete und die vierte stufe ist dass du nur noch zum Jumu'ah betest er kommt auch zwischendurch immer mit Überlieferung und sagt dir schau mal derjenige der dreimal das Jumu'ah gebet hintereinander absichtlich nicht verrichtet ist einer dessen Herzen versiegelt wird du gehörst doch gar nicht dazu weil du betest jeden Jumu'ah er kommt dir mit Beweise und das ist das gefährliche was unsere Gelehrten sagen er kommt mit der Religion um dich von der Religion weg zu bringen merkt ihr das das ist Shaypan der üble der listige und irgendwann nach dem Jumu'ah gebet hat er dich so weit dass du auch nicht mehr motiviert bist deine gebete weiter zu machen und so lässt du das ganze gebet und du kehrst zu einer neuen Jahiliyyah zurück die schlimmer ist bei Allah als deine letzte Jahiliyyah als du Allah so gut wie nicht kanntest das ist Shaytan liebe Geschwister also ich will das Ganze noch mal übersetzen und will andere Überlieferungen noch mit herein nehmen er kam zu den Leuten und er hat ihnen den Eindruck vermittelt dass diese Leute deren Götzen aufgestellt wurden die rechtschaffende Menschen waren dass diese nicht angebetet werden sollen sondern dass man ihrer nur gedenken sollte weil es wäre zu schade und es wäre respektlos wenn man solche Leute einfach vergessen würde und in einer anderen Überlieferung sagte Iblis Scheytan hat eine Zeit vergehen lassen die Generationen die die Skulpturen gebaut haben sie haben nicht Scheytan angebetet aber die nächste Generation die dann kam so sagte er zu ihnen Scheytan eure Väter früher haben sie angebetet und sie haben ihnen ihren Wert gezollt sie haben ihnen ihren Wert gegeben den sie verdient haben wenn man diese Götzen angebetet hat so kam auch der Regen herab bis das neue Volk bis die neue Generation diese Götzen angebetet hat hast du gesehen wie Scheytan das gemacht hat mit welchem Plan er eifrig und sehr geduldig war so dass er die Leute zum Schluss zum Götzendienst gebracht hat das ist das wovor wir immer die Geschwister warnen Scheytan hat es nicht eilig er kommt nicht sofort auch viele Probleme die wir hören von den Geschwister beim Wudu wenn sie Wudu machen dann kommt der Scheytan und sagt ihr habt eure Arme nicht richtig gewaschen ihr habt nicht richtig das Wasser durch die Nase gezogen und ihr solltet Allah fürchten so kommt Scheytan und er sagt zu ihnen wenn ihr das nicht richtig macht ist euer Wudu ungültig ist Scheytan ein guter Ratgeber überhaupt nicht glaube diesem Scheytan nicht der Prophet als er Scheytan beschrieb sagte er er ist nichts anderes als ein Lügner er ist nichts anderes als ein Lügner und daher passe auf vor Scheytan er kommt nicht um dein Wudu zu verbessern damit du mehr Hassanat bekommst er kommt damit er dir dein Wudu erschwert bis es so schwer wird dass du gar keine Lust mehr hast den Wudu zu machen und all das belegt er mit beweisen es nicht vollständig sein Wudu macht dass sein Gebet ungültig ist so kommt Scheytan Allah als er gesagt hat so nimmt ihn euch zum Feind was bedeutet so nimmt ihn euch zum Feind während wir schlafen ist Scheytan wach und während wir in den Gedanken versunken sind fokussiert er sich auf uns konzentriert er sich auf uns und während wir spielen und spaßen macht er neue Pläne wie er uns in die Irre führen kann das ist Scheytan das ist unser Feind aber wir nehmen ihn uns nicht zum Feind sondern wir sind vielmehr welche die ihn im öffentlichen verfluchen wenn wir mit anderen Geschwistern zusammensitzen aber im privaten wenn wir im Geheimen alleine sind so folgen wir ihm Schritt für Schritt und wir sind zufrieden damit dass er uns führt möge Allah uns alle vor diesem Scheytan bewahren Liebe Geschwister nicht umsonst hat unsere Religion uns gänzlich verboten Skulpturen zu erbauen auch Skulpturen zu Hause hinzustellen komplett verboten und manche denken dass eine Skulptur vielleicht von jemand der Rechtschaffen ist nichts Schlimmes beinhaltet weder darfst du eine Skulptur von einem Rechtschaffen haben noch darfst du eine Skulptur von einem Fasid haben das noch schlimmer noch darfst du eine Skulptur haben von Lebewesen dieses ist komplett verboten höre diese Überlieferung bei Bukhari und Muslim wo Saeed Ibn Abiy Al-Hasan sagte ich war einmal bei Ibn Abbas und wenn ein Mann zu ihm kam sagte er ich lebe von meiner Hand was ich mit meiner Hand herstelle davon lebe ich letztendlich und ich stelle diese Skulpturen her dann sagte Ibn Abbas zu ihm ich berichte dir nichts anderes außer was mir der Gesandte sagte und so sind die Leute des Wissens sie reden nicht von sich aus sondern sie reden nur mit Beweis so sagte Ibn Abbas ich werde dir jetzt etwas vortragen was ich vom Gesandten selber gehört habe man sawra suratan fa inna allaha mu'azibuhu hatta yamfucha fieha ruh wa leysa binafihin fieha abada wer ein Bild macht Skulpturen macht etwas herstellt in dieser Art so wird allah subhanahu wa ta'ala diesen fortlaufend bestrafen bis allah ihm befiehlt dass dieser der diese Skulpturen der dieses Bild gemacht hat eine Seele in dieses herein hauchen soll und natürlich wird er es nicht können und solange er es nicht kann wird er fortlaufend bestraft Allah weiß nur wie lange möge mich und euch darauf bewahren liebe Geschwister Skulpturen sind verboten wenn du so etwas zu Hause hast dann nimm diese weg diese Skulpturen sind verboten in unserer Religion hast du nicht gehört wie Schätan den Weg der Emotionalität genutzt hat durch diese Tür ist er durch gegangen um die Leute zum Schiff zu bringen und auch die Bilder vor allen Dingen wenn sie hängen an der Wand von Lebewesen sind verboten bei uns liebe Geschwister denn dieses ist ein Grund warum die Engel nicht die Häuser betreten und es ist bekannt dass wenn nicht die Engel die Häuser der Muslime füllen so füllen die Häuser die Schäat so werden die Häuser von den Schäat gefüllt und warum wundern wir uns dass in so vielen muslimischen Häusern kein Segen mehr ist Möge Allah die muslimischen Häuser segnen und höre zu Dina Allah wir haben viele Geschwister sie meinen es nicht böse aber wir müssen sie aufklären über dieses Urteil sie hängen sogar Bilder von ihren toten Verwandten seine Mutter ist gestorben er hängt ein Bild an die Wand sein Vater ist gestorben er hängt ein Bild an die Wand sein Kind ist gestorben er hängt ein Bild an die Wand diese Trauer und diese Emotionalität ist für Schätan eine Tür wie Allahu Allah er hat viele Pläne wir kennen nicht alle seine Pläne wer wäre darauf gekommen dass er das erste Volk zum Stilk so gebracht hat wie er es getan hat wer wäre darauf gekommen aber er hat es letztendlich geschafft warum weil er ist nicht jemand der sitzt und schläft sondern vielmehr überlegt er wie er die Diener Allahs die rechtschaffenden Diener in die Irre führen kann liebe Geschwister daher hängt diese Bilder ab und wisse diese Toten brauchen dich lebendigen warum weil du kannst Gutes für sie bewirken der Prophet brachte uns bei dass wir Dua machen können für unsere Toten als jemand zu ihm kam und er bat den Propheten Darum zu erfahren was er noch für seine Mutter leisten kann so sagte er er soll Bittgebete für sie sprechen in einer anderen Überlieferung sagte er gib eine Sadaqah das sind alles Taten von der Sunnah die bestätigt sind in einer anderen Überlieferung dass man die offenen Fastentage für diese Person macht in einer anderen Überlieferung dass man eine Sadaqah geben kann oder Sonstiges dieses alles ist bestätigt auch dass man die Hasch und die Umrah für sie machen darf warum lassen wir all diese Sunnah weg diese tatsächlich bestätigten Taten für die man belohnt wird und die auch den Toten erreichen und wir hängen uns an ein Bild wo wir nichts anderes als Trauer spüren wenn wir in das Gesicht unserer Toten Mutter oder in das Gesicht unseres Toten Vaters Blicken Möge Allah barmherzig mit unseren Toten sein Allahu akbar Liebe Geschwister Der Islam hat uns verboten Personen heilig zu machen Was ist passiert im Volke von Nuh Schaitan hat ihnen dieses vermittelt dass diese Personen nicht irgendwelche Personen sind sondern heilige Personen und das ist die Akida von Ahlus Sunnah und Jamaah dass wir niemanden als heilig betrachten Respekt ist eine Sache und jemanden heilig zu machen ist eine gänzlich andere Sache Daher sollte man den Unterschied verstehen denn viele haben in der Stellung von den guten Menschen übertrieben und die Leute die auf dem Irrweg sind sie werfen vor der einzigst erretteten Gruppe dass wir die Auliyah nicht respektieren die Auliyah sind die nahestehenden Diener aber was heißt bei ihnen respektieren das bedeutet wie sie es tun sie bitten sie nachdem sie gestorben sind sie rufen sie nachdem sie gestorben sind sie fordern von ihnen nachdem sie gestorben sind das hat nichts mit respekt zu tun das ist der klare schirk der einen für ewig in das Höllenfeuer herein bringt möge Allah uns alle davor bewahren und schaut liebe Geschwister dass diese irregehenden leute die diese menschen außer Allah anbeten und Allah sagt und diese sind die Gebetstätten Allahs darum ruft neben Allah niemand anderen an was kann ein Tod dafür dich bewirken du als Lebendiger kannst mehr tun du kannst Gebete für ihn machen während sein Buch geschlossen ist und er nichts mehr zu leisten vermag das ist die Realität liebe Geschwister aber was haben sie den Leuten verklickert sie haben gesagt wir respektieren unsere rechtschaffenden Menschen was heißt Respekt und was heißt Schirk ist Respekt Schirk wer wird so etwas sagen im Gegenteil wir sagen niemals darf man die Grenze überschreiten bei einem Menschen sogar Mohammed den wir mehr lieben als unsere Väter als unsere Mütter als unsere Geschwister als unsere Familien er ist der beste Allah wie wir schon gesagt haben Menschen und Propheten und trotzdem ist er nichts anderes als Diener Frage hätte er etwas anderes akzeptiert niemals einmal einmal kam ein Mann und er sagte wie Allah will und wie du willst er hat Allah und den Propheten Mohammed auf derselben Stufe gestellt und so ist er zornig geworden und sagte und befahl dem Mann sagt wie Allah will einzig und allein das ist Tauhid Mohammed hätte niemals für sich akzeptiert dass er neben Allah angebetet wird oder dass seine Stellung erhoben wird als ob er ein Gott wäre niemals hätte er dieses akzeptiert und wir akzeptieren das ebenfalls nicht wir sagen Mohammed ist ein Diener Allahs nicht mehr Allah sagt alles was zwischen Himmel und Erde lebt wird am Tage der Auferstehung nicht anders zurückkehren außer als ein Diener Allahs Subhanallah Seht liebe Geschwister wie die Christen in die Irre gegangen sind genau das war ihr Problem sie haben Jesus erhoben und er hat es bei Allah niemals von ihnen verlangt dass sie ihm die Stufe von Gott geben bis zum Schluss einige irregehende sagten er wäre sogar Gott und andere haben gesagt er wäre ein Sohn Gottes dieses ist der große Schilf und man befördert sich mit dieser Aqida mit diesem Glauben für ewig aus der Barmherzigkeit Allahs Subhanahu wa ta'ala daher wir geben jedem seine Stellung und wir lieben die Auliyah wir lieben die rechtschaffen Menschen aber niemals überschreiten wir gegeben worden und wir sind Leute die sich an ihre Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah halten und das Traurige was wir heute von Leuten hören von Leuten die anderes anbeten außer Allah die die Auliyah die nahestehenden Lina in ihren Gräbern rufen und bitten sie sagen versuch es und es wird dir gegeben mach mal Dua zu ihm bitte ihn und du wirst sehen dass du es bekommen wirst Auzubillah schaut liebe Geschwister wenn wir den Verstand nicht diese Stellung geben die er inne hat der Verstand ist nicht vor dem Beweis Allah hat uns befohlen dass wir niemand anderen bitten dürfen darauf hin kommen diese Leute und setzen ihren Verstand ein und sagen probiert es doch probieren als Schirk und sie sind zufrieden damit sie sind zufrieden damit und ihre Religion ist probier es aber unsere Religion von Ahl des Sunnah und Jamaah ist Allah hat den Schirk verboten der Prophet hat den Schirk verboten ein Gesandter ist nur deswegen entsandt worden zu seinem Volk damit er diesen Schirk aus den Köpfen der Leute nimmt Warum hat Allah nach so vielen Generationen erst wieder einen Gesandten geschickt weil da der Schirk aufgetreten ist liebe Geschwister weil da der Schirk aufgetreten ist und diese Leute wollen uns dann sagen wir sollen probieren einen nahestehenden Diener um dieses und jenes zu bitten möge Allah uns nur mit dem aufrichtigen Tauhid sterben lassen liebe Geschwister wie alt ist Nuh Alayhi Salatu Was Salam gewesen so gibt es viele Aussagen der Gelehrten um es vorweg zu sagen es gibt keine einzige authentische Überlieferung vom Propheten Mohammed Jedoch haben wir eine Überlieferung von Ibn Abbas dass er sagte und diese Überlieferung ist bei Ibn Abishayba und ist auch bei Ibn Munder verzeichnet und Ibn Abishatim und sie ist Sahih so sagt Ibn Abbas Allah hat Nuh entsagt während er 40 Jahre alt war das heißt was Ibn Abbas sagt ich sage nicht was der Prophet sagt was Ibn Abbas sagt ist dass Nuh 40 Jahre alt war als er zu seinem Volk entsandt wurde und er ist 950 Jahre unter ihnen verblieben das haben wir im Koran bestätigt und er ist 950 Jahre unter ihnen verblieben und er hat sie gerufen zum Wege Allah und hat nachdem Allah diese Überschwemmung zum Volk geschickt hat das Volk hinweggespült hat vernichtet hat so hat er noch 60 Jahre unter den Leuten gelebt bis sie viele geworden sind also nach der Aussage von Ibn Abbas radiyallahu anhu adha liebe Geschwister war Nuh alayhi salatu was salam 1050 Jahre gewesen er war 950 Jahre das ist bestätigt er hat 950 Jahre darüber gemacht das ist bestätigt aber wie alt er tatsächlich gewesen ist so unterscheiden sich die Gelehrten hier in dieser Fragestellung aber Alhamdulillah haben wir diese authentische Überlieferung von Ibn Abbas radiyallahu anhu adha somit war Nuh über 1000 Jahre alt so lange haben die Menschen damals gelebt und ich beende indem ich meinen Geschwistern etwas wichtiges mitgebe stellt euch vor ihr hättet im Volk von Nuh gelebt nach 300 Jahren hätte Allah recht geleitet aber ihr lebt noch 1000 Jahre das heißt ihr 700 Jahre Fitna 700 Jahre musst du auf einem geraden Weg bleiben in unserer heutigen Zeit leben die Leute was haben wir gesagt zwischen 60 und 70 Jahren sie essen sie trinken sie schlafen sie arbeiten dann sagen wir dass von diesen 60 Jahren ein Drittel bleibt für die Iberda und was ist der Unterschied zwischen der Iberda von 20 Jahren und der Unterschied von einem Leben bis zu 1000 Jahren und mehr wo ist die größere Fitna liebe Geschwister wir sollten Allah danken und obwohl wir vielleicht nur 20 Jahre Iberda machen von unseren 60 Lebensjahren bekommen wir das ewige Paradies wenn Allah uns da eingehen ist möge Allah uns allen das Paradies geben aber Allah hat uns was anderes gegeben er hat uns Lailatul Qadr gegeben Lailatul Qadr die Khairun min Elf Ishaar dann haben wir 83 Jahre von Allah gut geschrieben bekommen diese 1000 Monate entsprechen ungefähr 83 Jahre und wenn wir 10 Jahre Lailatul Qadr erreichen haben wir 830 Jahre gelebt die wir nicht gelebt haben und diese vollständige Anbetung zu Allah daher sollten wir als Muslime dankbar sein möge Allah uns zu dankbaren Dienern machen und das nächste Mal sprechen wir darüber wie Allah das Volk von Nuh Finish the Tag 1 2 4 5 5 6 6 6 6 6